Warum war das nicht mit Black Mesa? Da ging ganz schön die Post ab. Ich ziehe dich direkt zu Eli. Er würde mich nie entschuldigen, wenn ich dich erwartet hätte. Wir können sicherlich hier die extra Hilfe benutzen. Wir haben viel Platz in den letzten paar Monaten verletzt, aber Dinge würden so viel schneller gehen, wenn wir mehr Leute mit deinem Training hatten. Ich bin ausgebildeter Kletterer. Wir befinden uns auf eine rechtfertigende, lokale Teleporttechnologie. Etwas, das die Kombination noch nicht gestärkt hat. Eli denkt, dass ihre Portale basiert sind. Das ist ähnlich wie unser Kalabi-Yau-Modell. Aber sie haben einen Faktor in den dunklen Energiequassionen verloren. Sie können von ihrem Universum auszuprobieren, aber wenn sie hier sind, sind sie auf lokaler Transport. Wenn sie wussten, was wir mit Entanglementen tun würden... Warum lacht die dauernd? Ich finde, mir ist überhaupt nicht zu lachend. Listen to me, I sound like a post-dok. I'm just so excited to think that we'll finally have the chance to work together. Where was I? Oh, yes. Dr. Kleiner compressed the Zen Relay far beyond anything he imagined at Black Mason. We figured out how to use Zen as an unexpressed axis. Effectively a dimensional slingshot. So we can swing around the border world and come back in local space without having to pass through. I have to admit that I don't know about this whole story. Alright, do it. Keep right on. I don't understand. I played the first part, but... Gordon Freeman. Let me take a look at you, man. My God, you have changed from Iota. How do you do it? Alexi, the last time I saw you, I sent you up for help after the resonance cascade. I never thought it would take you this long to get back to me. Welcome to the lab, anyway. It's not Black Mesa, but it's served us well enough. It's going to be a lot more like Black Mesa with Gordon here to help. Right you are. MIT graduates are few and far between these days. We'll get you out of that hazard suit and back into your lab coat, where you belong. Let me just finish up some work and I'll see what I can dig up. Dr. Freeman, it's been a real honor. I'm looking forward to working together. Feel free to look around. We've almost done that portal working again. But I wouldn't blame you if you didn't volunteer for the next trial. Yeah, not really. Na, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. I won't do this again. What is that? Hi! Du Sau! Also, wirklich! Warum bist du schwarz und deine Tochter ist weiß? Du bist ein Lustmolch. Toll, bunt. Und jetzt? Oh! 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 Sieben Stunden Krieg. Auch nicht schlecht. Ja, entschuldigt bitte, wenn mir sowas angeboten wird. Alex? Ich dachte, du warst auf der Seite. Die Vortigons verlassen mich, damit ich mich zu Gordon sehen könnte. Insofern, ich sollte hier drin arbeiten, auf dem Portal. Portal? Was die off the fuck? Was die off the fuck? Das ist mit der Gravitat-Gun. Klar, komm Gordon. Lass uns mal ein Spaß haben. Dieser Ziegler-Energie-Field-Manipulator ist nicht ein Spiel, Alex. Ach, lass uns hier raus. Ziegler! Mach die nicht so an. Mach die nicht so an. Lass uns mal ein Spaß haben. Gut. Ja. Ich spar mir jetzt den Kommentar dazu. Wir gehen da nicht mehr. Ravenholm? Wo? Wo ist der alte Weg nach Ravenholm denn? Komm schon! Was war denn noch mal Ravenholm? Holm? Ich hab's vergessen. Aber dass ich den ersten Teil... Weißt nicht, ob's mit dem ersten Teil zu tun hat, aber... ist ja schon eeeewig her, dass ich das gespielt hab. Gravitron? Irgendwas, wo man akrobatisch sein muss, wa? Und der Gordon ist nicht akrobatisch. Es ist einfach so. Oh, ne Affenschaukel! Ja. Hier sind wir. The scrapyard. Das ist ein gravity gun mein Vater war über. Du kannst es den Zero-Point-Energy-Field-Manipulator, wenn du wirklich willst. Ja, ich bin. Es ist designed für handeln, für gefährliche Materialien. Aber wir benutzen es für heavy lifting. Gib es mal. Der primary trigger emmets a charge. Du kannst es punchen und senden es flying. Ich finde es handeln, für die Mine-Fields zu entfernen. Der Secondary trigger lässt du etwas grabbar. Du kannst sie mit der Primary-Energy. Wenn du etwas holst, du kannst es ruhig, indem du den Secondary trigger wiederholst. Du kannst sie mit der Böcke nehmen. Oh, das ist sehr nett. Du kannst die Böcke nehmen. Ja, genau. Das ist ein Tier. Das ist ein Tier. Ja, genau. Ja, genau. Ja. Ich bin. Ich bin. Ja, genau. Ich bin. Schau mal, wenn du ein paar Sachen kannst, um hier zu stecken. Schau mal ein paar Sachen. Schau mal etwas mit dem Trigger. Dann schau mal das gleiche Trigger. Dann schau mal das gleiche Trigger. Gently Sehr gut Ah, da muss ich auch noch ans Nachdecken kommen, hm? Beware of dog Warnung vor dem Hunde Fetch Dog Come Huch Hi dog Good doggy Gordon this is dog My dad built him to protect me when I was a kid First model was about yay high I've been adding to him ever since Haven't I boy Okay dog Let's play tag the book Let's play tag the book You'll need to use the gravity gun Go ahead dog Throw Go ahead Go ahead What do I do now Go ahead Was ist das für ein Container? Sagenhaft. Der hätte sogar eine Hundehütte. Ach wie süß. Wo ist sie? Wo ist sie? Oh, soll ich es mal da oben reinschießen? Komm doch, da ist es. Wo ist der Bulldog? Ja, da. Hui! Hat er jetzt gerade in Idlaroos gemacht? Haben Sie das gesehen? Also. Ja. 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 Wo sind sie denn? Tür zu! Geht hier! Geht für den Coast! Geht nicht durch die Rafe! Dad? Dad! Dammit! Dog, open the airlock! Get us out of here! Hurry! Now! We're in a party we have to! Just get it open! That's enough, Dog! Come on, Gordon! Come on! Ja, ich komm ja! Der Dog lässt mich nicht durch! Oh! Durch! Oh nein, jetzt hab ich den Granaten abgeschossen! Ich drüben! Verdammt! Gordon, du musst hier raus! Ich kann nicht meinen Vater verlassen! Dog! Geh Gordon in den Ravenholm-Tunnel, Und ich! Und ich! Und ich! Und ich! Ich! Ich ich! 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 Du bist du auf dich!